Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Leute, ich habe gesagt, ich habe überhaupt keine Helrunen, aber ich habe eine ganze Menge Dolrunen. Und aus den Dolrunen kann ich mir Helrunen machen mit Lädierten Smaragten. Ich habe aber keine. Dafür müsste ich wahrscheinlich mal irgendwelche Normal Runs machen. So, aber gut zu wissen, ich habe das jetzt mal gegoogelt. Wir machen mal da weiter, wo wir jetzt mal aufgehört haben. Bei Andariel. Und wir hoffen immer noch auf unser Oculus. Fängt ja wieder gut an. Das war wohl nix. Dann machen wir mal direkt mit Mephisto weiter. Beziehungsweise mit denen. Amethyst, Diamant. Ja, die ganzen Lädierten, die hätte ich mal... Ich weiß nicht, ich kann meinen Söldner, glaube ich, nicht beschützen jetzt. Aber ich versuche es. Oh, du kommst zu spät. Oga-Axt. Bone-Hew. Knochenhacker. Ich glaube, ich habe den schon. Ätherisch ist der, glaube ich, krass. Vom Damage her. Monsterheilung verhindern. Hm. Soll ich mal kurz gucken? Eine rote, große Axt. Jo, habe ich schon. 302 erhöhter Schaden. Guck mal. Den hätte ich wahrscheinlich... ...mein Sölden ergeben sollen, als ich mir meinen Anni geholt habe, ne? So, was habe ich hier... Was will ich hier jetzt? Machen wir mal so. Und Andi. 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 Arktische Handschuhe. Das arktische Set. Irgendwas arktisches habe ich doch bestimmt hier. Stirbt mein Söldner jetzt? Nö. Hm. Ah ja, siehste. Da muss ich die ja irgendwo haben. Gut. Ich verstehe. Ich verstehe. Da noch irgendwas. Nix. Großhelm. Siegern. Und kleiner Schild. Klegelovs Kralle. Klegelovs... Klegelov. Müsste ich doch komplett haben, ne? Gucke ich jetzt gar nicht. Da gucke ich jetzt gar nicht nach. Und wir machen direkt weiter mit Andariel. Wirbeler Kristall. Go, go. So, jetzt habe ich das Zygon Set bald 10.000 Mal. Ach komm. Geh mal raus. Geh mal raus. Vielleicht keine Tränke mehr. Kurzer Kriegsbogen. Arktisches Horn. Habe ich gesagt, dass ich das arktische Set schon komplett habe, ne? Das ist eben gerade erst. Hatt ich nicht arktische Handschuhe? Ja, ne? Und das arktische hatte ich ja... Wo gefunden? Ja, siehste. Was war das andere? Ein Ring. Sechs Verteidigung. Himmels. Katans. Okay. Oh, Tränke wollte ich mal. Wirbeln der Kristall. Ein Ort. Tränke wollte ich mir noch holen. Aber... Ich bin gerade nicht auf dem Weg. Kleiner Zauber. 30 Verteidigung. Ja. Werde ich auf jeden Fall nicht behalten, aber... Du kommst zu spät. Schwengel. Mein Schwengel. Der Kampfast. Ich glaube, ich habe den schon. Den... Kampfast. Da, siehste. Auf der ersten Seite. Da nehme ich die Ordner wieder mit. Ach komm. Holen wir uns jetzt mal... Tränke. Ich brauche Mana. Und ich brauche ein Oculus. Für MF. Und eine Ist-Drohne, bitte. Schlagstab. Fenus-Fackel. Ein gelber Ring. Infernus-Fackel. Infernus-Schädel. Äh... Infernus-Zeichen. Puh. Mal kurz gucken. Hier ist Infernus-Zeichen. Wenn ich jetzt die Fackel wegschmeiß, zeigte er mir immer noch Infernus-Fackel an. Das heißt, ich habe sie da... Mal. Achso, wo ich schon mal hier bin. Äh... So. Und... So. So. Und so. Und... So. Gleich mal die Gräfin machen zwischendurch. So. Wow. Viel Gold. Kriegshammer. Schon wieder der. Schon wieder der. Ähm... Wir können auch mal im Feld der Steine... Das Böse soll sich verhindern. Hier habe ich ja letztes Mal Rune bei Ruckern die Schuhe gefunden. Ach, ne. Wegen Kälte. So. 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 jetzt noch mal die Gräfin. Ups. Falsche Taste. Okay, da sind ne Menge Bogenschitzen drin. Humuun. So. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr zahlen, ja, das hilft mir auch nicht weiter. Achso. Tool. 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 Tool, it. Guck mal, da können wir noch ein bisschen was minimieren hier. Tal. Und Rahl können wir auch noch mal minimieren. Ort. Weil die kommen dann hier rein. Zack, zack. So. Fisto. Wenig Glück bis jetzt. Wow. Krass. Wie viel Pech ich hab, als wenn ich überhaupt keine MF hätte. Soll ich mal reparieren gehen? Was braucht ihr? Seid gegrüßt. Ich könnte ja auch mal wieder auf dem Möwe-Dolch switchen. Ein bisschen Angst. Was denn sterbe? Boik, narrt. Rückenbrecher. Arnits Pracht. Weiß gar nicht. Kann sein. Das ist ein neues. Oder? Ich glaube, den Rückenbrecher habe ich. Rückenbrecher habe ich. Hier, Warnins Segen. Pass mal auf. Wo ist das weg? Warnins Pracht. Zeig er mir immer noch an. Dann werde ich den wohl schon... ...irgendwo haben. Da. Guck. Und Rückenbrecher haben wir auch gesehen, ne? Gut. So, ich brauche Items für diese Folge, Leute. Ich brauche Items für diese Folge. Feldhahnisch. Felsenfell habe ich schon. Hoffe ich doch. Geh, Geh, Geh. Er ist schon wieder vergiftet. Oh, Söldner. Oh, Söldner. Habt ihr es gehört? Leichte Blattnerrüstung. Himmlisches Gewand. Boah, diese blaue Rüstung sieht mir so bekannt aus. Aber himmlisches Gewand ließ sich so selten. Ich habe sie schon. Schade. Seid gegrüßt. Schade. So, holen wir uns Tal Amor ab, oder was? Lackierte Plattenrüstung. Was ist hier die Gegner? Andere weg. Ich bin überladen. Tränke ohne Ende. Denk посмотреть. Wo besondere Schaden. Ich bin okay. Oh, das steht. Und das ist potenzial. Ganz schön. Ich bin überladen. Schade. So... Wenn sie zu. Ich bin überladen. Ich bin tr According. However, wie ich eine goldmacht... iorst du wirklich? Att hanke. Und weiter here. Ich bin estrath. was sind hier los nix ist hier los ja komm ich will nicht durch den zweiten akt laufen eure anwesenheit ehrt mich das böse soll sich vorsehen So und mann ball kill machen die wellen mache ich nicht place aid aber ball könnte man aber place aid machen oder sagt er dazu map eignet sich für ball die kälte im muni alles sehr arbeit Ai, 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 verfluch mich noch einmal. Wo bist du, mach mal Schaden, ein bisschen enttäuscht von dir du, bis jetzt, das war auch voller verflucht ist, ne, und eingefroren, die ist nicht eingefroren, na, endlich, all down. Ach, ja, troll, Kien. Reicht das jetzt, oder muss ich nochmal runter? Na, komm schon, Ball. Immer noch nicht? Ach, ja. Das war's für heute. Guck mal hier, Kettenblitz. Was kommt der denn her? So, keine Bär ohne. Schade. Also, Blizzard Damage ist schon crazy. Aber Fire Rest ist auch crazy. War gespannt. So, jetzt kommen die beiden heftigen Wellen. Aber mit meinem Damage sollte es easy peasy sein. Oh Gott. Mit meinem Damage schon. Aber nicht mit meiner Fire Rest. So, liegt hier was spannendes? Ja. Neu, neu. Letzte Welle. Easy peasy. Also, Static ist schon mal Gold wert. Aber PS8 auch mit meinem krassen Blizzard Damage, seht ihr ja. Dauert eine Weile, ne? Was? Der wollte vor mir fliehen. Uuuuui. Sollte er nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Und ich wollte auch vor ihm fliehen. Dann haben wir direkt weiter gemacht. Weg, 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 weg. Mensch. Damage Ball. Dein Damage. Wo bist du denn jetzt hin? Ja. Mach mal meinen Säugleisen. Sollte er einen Hit abgekriegt. Ups. Das hat Gold gekostet. Super Ball. Was droppst du mir? Eine Essenz. Und ansonsten nur Crap. Nur Crap. Wo hatte ich die Essenzen? Hier. Platz 8. Mausoleum. Das Böse soll sich vorsehen. Welche Seite. Seltener Daumen. Weiß. Komplett weiß. Nix. Amn, eat. Ich brauche einen Söldner. Ich brauche einen Söldner. Ich brauche einen Söldner. Und. Player 8. Unter Kurast. Ah. Das für Drops. Eat. Und Players 8 Tunnel Alles weiß Alles weiß Nur weiße Nicht mal blau Viel blau Nur tränke Ich bin überladen Hier ist wenigstens mal ein bisschen was blaues Krass Oh hier sind noch Wasser Ich bin überladen Seid gegrüßt Das ist echt eine Mauerunde Players 8 Andariel Und ist verzweifelt Aber machen wir mal vorsichtig Ich bin überladen Zeremonial Pike Verklickt mich noch einmal Lucandas Flanke Habe ich glaube ich schon Packe ich aber mal ein Damit ihr es wisst Ich habe mir Seite 18 Zurechtgelegt Für neue Gegenstände Aber es sind ja keine Getropped Bis jetzt Sonst Sonst Ich kann nicht noch mehr tragen Ja Guten Tag Sonst 400.000 habe ich noch So 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 achso runen zack 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 machen wir nochmal players 8 Mephisto weiß nicht ob ich den Rat hier auch in players 8 machen soll doch wir sollten dann wieder drauf gehen den Schariken doppelangst gelbes amulett oh Gott sehr krass interessant schreien der erfahrung schreien da Meine Brüder sind hier entkommen. Ja, Play as 8 ist alles ein bisschen crazy, ne? Vor allem achte ich ja auch so ein bisschen auf den Söldner. Da ist er down, schwere Armbrust. Höllenherz. Höllenherz habe ich glaube ich schon, aber da ich ja eh nicht viel zu tun habe, gleich prägen wir rein. Machen wir mal wieder Play as 1. Vielleicht haben wir ja noch Klick in den letzten Minuten. Ijo. Schon wieder Rückenbrecher, ne? Guck mal. Und eine Io. Hätte aber eine Lo sein können. Hätte ich mich mehr drüber gefreut. Guck mal. 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 Ich habe es starb. und einen Isenhard. Arm von König Leoric. Den habe ich, glaube ich, schon. Das Krönchen kann man uns auch mal angucken. Zwei zu Blitzfertigkeit. Das Krönchen kann man sich nicht mehr an den Karten. Das ist ein Wunscherz. Das ist ein Wunscherz. Das ist ein Wunscherz. ein kampfschwert kopfhauer witzig sieht neu aus bitte lass es neu sein dann ist die folge ja nicht ganz so mau ich glaube das wäre einer der mein erster neuer gegenstand weil ich mir bei den anderen ja nicht so sicher bin kopfhauer das sind die ich denke und das sind die wo ich auch denke also die oberen denke ich dass sie schon habt und dann denke ich dass sie mich auch und Ja, aber ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut und ich bin gut. Ich bin gut. Der hat mich gut. sturm schlag von einem rad ist es ein geiler job muss man sagen das ist ja das was ich sage wenn mal solche bunten rubs kommen dann weiß man dass man auf dem richtigen weg ist krähen krächt sind habe ich glaube ich auch krähen krächt aber es ist echt nicht so ich bin eigentlich schon durch der folge ich will noch was geiles finden kennt ihr das ich will noch irgendwas geiles finden drops werden bunter leute 90.000 habe ich mir schon wieder 500.000 und PAH! Wappen. nila tag lange nicht mehr gemachten gut das war auch nix da dauert es bei nila tag auch so lang wenn man sich auslockt wie bei andariel schild habe ich schon sonst liegt da nix haufen erfahrungspunkte weg egal wenn ich leveln will dann mache ich players aid und macht nur gegenden gut level kettenstiefel kettenschiegel habe ich schon saos eisenferse ja die habe ich schon nun gegen kälte ok ich habe gesehen dass da nichts war so ich glaube nie der tag ist da und das normalerweise ist mit einem blizzard guter wappenschild ätherisch auch ätherisch so machen wir mal an dariel ich mache auch gleich schluss maske so 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 Leute letzter Versuch so 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 dolchmesser und kurzer kriegsbogen ja der gräber ja den habe ich doch kürzlich erst gefunden schon ne dank dank uels bin ich der meinung habe ich ich guck ich habe ja diese folge eh nicht so viel zu tun pack ich mal hier rein und dann so auch arktisches faun machen wir jetzt nochmal Mephisto. Er ist das Nächste. Kurz verheiratet. Eckiges Schild. Nun gut, Leute. Schauen wir mal, ob da was bei ist. Ich glaube, das ist vielleicht der Einzige. Aber werden wir dann sehen. Ihr wisst es sowieso schon von Anfang an der Folge. Guckt ihr in die Beschreibung. Seht ihr, welche neuen Gegenstände ich gefunden habe? Werde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.